Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink-Between-Worlds-Randomizer. Es geht ja weiter. Aktuell sind wir... Boah, äh... In irgendeinem Versteck, ne? In einem Versteck von irgendeinem Dieb. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie er heißt. So, haben wir ja unseren Kumpel mit dabei. Ich glaube, das ist auch dieser Dieb. Ich glaube, das ist der Endboss, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Ha? Mal gucken. Und wir haben im letzten Part endlich unser Schwert bekommen. Ich bin mega happy. Und ich bin gespannt, ähm... Was heute passieren würde. So, ich glaube, ich tue den erstmal hier draufstellen. Sagt dem, er soll stehen bleiben. Und wir machen den oberen Schalter. So. Ich gucke mal. Und zack. Natürlich. Vergesst es, Leute. Hier gibt's nichts zu holen. Okay, wir brauchen drei Schläge, ey. Drei verdammte Schläge. So, kommen wir mit. Ähm. Haben wir den Boss hier eigentlich schon? Müssen wir hier nochmal rein? Ne, das war... Das war der Knast. Hier müssten wir jetzt alles haben. Haben wir den Kompass schon gefunden? Ja, Kompass haben wir. Okay, wir müssen nur nach oben nochmal. Es gibt gar nicht mehr so viel zu holen hier. Sehr interessant. Okay. Ja, ich wusste es. Tschüss. Boah, das ist... Das ist eine coole Falle. Sowas können sie ruhig öfter einbauen. So, den stanne ich. Hier gibt's aktuell auch nichts zu holen. Wir gehen weiter... In die oberen Etagen. Geht weg, Leute. Sehr nice. Okay, cool. Das hätten wir. Ich muss, glaube ich, das ändern. Sonst würde... Uns würde er, glaube ich, runterfallen. Mann, ey. Dann mache ich es halt. So, jetzt komm mit. Okay, es geht nach oben. Da müssen wir auch hin, oder? Ja, hier die Schatzkiste hatte ich schon. Aus der Bahn. So, ich trinke jetzt mal ein Stück Kaffee, Leute. Uh. Nicht gut, wenn die Ratte kommt. Aber leider ist das Schwert noch super schwach, ne? Okay, ich glaube, ich musste ihn hier stehen lassen, ne? Und musste mit dem Wind rübertragen. Weil das hier kann er ja nicht. Achso, hier muss ich auch selber mit dem Wind rüber. Und hier muss ich ihn rübertragen. Ja, okay. Das hätten wir... So, noch ein paar Schädel, Monster-Teile. Wir haben saumäßig viele Monster-Teile, aber wir... Ja, haben halt keine Möglichkeit, irgendwie das richtig einzusetzen, ne? So, jetzt können wir hier... Jawohl, jetzt kommt doch bestimmt wieder was. Oder? Komm mal lieber mit. Ich hab Angst um dich. Ah, leider auch noch ein Monster-Teile. Okay, wir haben hier noch eine Schatzkiste, irgendwie. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Monster. Kann das sein? Nee, wie komm ich denn da hin? Dann muss ich... Okay, ich muss rüber latschen. Okay, jetzt kommen wieder ein Monster. Aber kein Problem. So. Drei Schläge. Weg ist er. Geil. Geil, 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 geil. Das läuft gut, Leute. Das läuft super. So. Das ist ein Mädchen. Nö, Schlüssel haben wir noch nicht. Ach so, den... Ach doch, Schlüssel haben wir. Ah, cool. Cool, wir haben den Schlüssel schon. Hab ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ähm, so, da kriegt man noch eine große Kiste. Ich guck mal erst mal die kleine Kiste hier. So. Na. Ah, leider wieder nur Mai-Mai. Aber wir haben schon unser Schwert bekommen. Ich mein, warum... Warum beschwere ich mich, ne? Wir haben endlich ein Schwert und... Ich hab echt gedacht, wir sind hier wirklich sortless unterwegs. In dem Run. Dass ich irgendeinen Fehler gemacht hab. Aber... Nein, wir hatten verdammt Glück. So. Dann einmal hier rüberfahren, bitte. Und die letzte Schatzkiste in Empfang nehmen. Ah, leider nur 20 Rubine. Na gut. Aber dann sind wir hier clear, ne? Jupp. Ähm, Items. Was nehmen wir jetzt für den Boss? Ich glaube, unser Schwert wird super schwach sein gegen den Boss. Deswegen, ich nehm mal den Hammer. Und, äh... Wir ziehen mal weiter. So. Let's go. Boss-Time, Leute. Boss-Time. Oh. Sie kommt nicht mit. Ah, cool. Hi. Oh. Oh. Aua. Okay, da reichen leider nur zwei Hits. Schwarze Scheiße. Hallo. Okay. Aber sehr, zwei powervolle Hits. Okay, zweite Phase. Machst du dein Schild weg oder wie? Ja, das dachte ich doch. Hätte ich auch gemacht, wenn ich du wäre. Ergibt auch Sinn. Aber jetzt heißt es einfach nur draufmatschen oder wie? Oh Gott. Oh Gott, er macht eine Wurzelattacke. Wie kann ich jetzt auch? Dunkel. Aua. Oh nein. Kann ich ihn nur verletzen, wenn sein Kopf drauf ist? Das war doch ein easy win. Easy win. Okay, nice. Wow, looks like you got him. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn richtig fertig gemacht. So. Das Liebesgirl hab ich befreit. Hä, aber... Ich bin verwirrt. Ach, okay. Jetzt, äh, nehmen die mich mit nach Hause. Okay. Komme ich jetzt nicht in die Halle der Weisen? Ah, doch. Und einen Herzcontainer krieg ich auch. Danke. Tschüss. Lebe sie wohl. Okay. Lost Mai Mai. Schon wieder. Und wir kriegen sie hier. Und das ist, glaube ich, Thiefstown, ne? TT. TT? Ja. Das müsste es sein. Alles klar. Cool. Nächster Dungeon ist abgeschlossen. Wir haben nur noch... Das müssen ja noch drei sein, oder? Ähm... Noch drei Dungeon? Warte mal. Äh, was sagt denn unsere Ausrüstung? Ja, theoretisch müssen wir noch drei Dungeon machen. Ja, aber keine Ahnung wo. Und auf der Karte ist hier nur noch ein Kreuz. Und Schloss Hyrule hat aber auch noch ein Kreuz, ne? Ich glaube, wir müssen als nächstes wirklich, ähm... Turtle Rock machen. TR. Hm. Wir könnten jetzt erstmal noch die restlichen Mai Mai sammeln. In der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwo noch ein paar schöne... Schätze bekommen. Feuerstab. Boomerang. Was weiß ich. Okay. Leute, wir gehen jetzt erstmal zurück. Äh... Wo waren, wo waren, wo waren? Hier. Da, düdl, düdl, düdl. So. Back in town. Ich will jetzt erstmal zwei Sachen machen, die ihr mir noch empfohlen habt. Damit die nicht in Vergessenheit geraten. Und zwar... Einerseits sollte ich nochmal mit der Frau hier reden. Denn die hat sich wohl darüber aufgeregt, dass das Mai Mai über ihrem Dach mega Lärm macht. Und gibt uns auch was. Yo. Geil. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir das gesagt habt. Ich glaube, da lieber Allgärtser war das. Nice. Dankeschön. Cool. Haben wir noch ein schönes Upgrade bekommen. So. Und dann andererseits. Das kam vom lieben TJ. Der meinte, ich soll nochmal dahin, wo ich damals 20 Jahre lang vorbeigerannt bin. Ah, ich hab ein Schwert, ne? Das ist so geil. Endlich. Endlich kann ich meine Feinde bekämpfen. Da war auch die riesige Wirbelattacke. Das ist auch sehr nützlich. Aber die ist halt relativ schwach. Ich erinnere mich, damals hab ich alles weggeowned. Achso. Äh. Oh. Jo. Leider. Nur Geld. Da wäre die Erweiterung gewesen. Ah, das ist auch so ein geiles Item, ne? Diese Erweiterung. So, tschüss. Ähm, genau. Und zwar hier, ne? Irgendwie. Ich glaub in der Schattenwelt war's. Und da war diese Kiste mit einem Stein. Und da kann ich mich jetzt mit dem Enterhaken hinziehen. Das meintet ihr, soll ich unbedingt nochmal tun? Ich hab das von hier. Warte mal. Ich switch mal kurz rüber auf den Enterhaken. Und dann... Ah, so. Yes. Ah, leider auch nur 300 Rubine. Aber ja. Auch das konnten wir jetzt erledigen. Sehr, sehr schön. Gut. Was haben wir denn hier noch? Gar nix. Einmal. Ey, Kumpel. Yes, man. Ah, ist das gut. I love it. So, was sagt denn die MyMyKarte? Hilfe. Ähm. Da ist noch eins. Hier sind noch drei. Wir könnten uns theoretisch jetzt nochmal auf die Suche machen, nach dem MyMyS. Was wir sollten oder die nötigen... Die nötigen Kredenzen haben, um jetzt alle MyMyS aufsuchen zu können. Deswegen, ich renne mal kurz ein bisschen übers Feld. Und hoffe, dass ich hier noch ein paar MyMyS finde. Du, 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 du. Ja, aber ganz ehrlich, wo sollen die noch sein eigentlich? Aua. Wir checken erstmal hier die Ecke ab. Aber ich glaube, die sieht schon relativ clear aus. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, hier ist es nicht. Ah, haben wir in der Schattenwelt schon mal dieses Schatzspiel gemacht? Aber ich glaube tatsächlich, dass da auch Mai-Mais verborgen waren. So, erstmal schon Kaffee, Leute. Ah, ist wichtig. Das ist mega wichtig. So. Genau, ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, oder? So. Oh, ist teuer. Wie teuer waren das jetzt? 100 Rubine? Egal, wir haben genug Geld. So, das ist dasselbe wie das andere Spiel, glaube ich. Kann man hier auch was krasses gewinnen? Oh Gott. Ich bin halt, wie gesagt, der Meinung. Ja, guck mal, da ist nämlich das Mal-Mai. So, das holen wir uns erstmal ab. Leider nur 20 Rubine. Oh Mann. Nein, das tut mich noch nicht weg. Hat er mir eine Rubine geklaut? So, ich gehe mal wieder zurück. Keine Ahnung, wie lange das jetzt war. Ich würde das mal ernst nehmen jetzt und würde mir mal einen Timer drauf machen. Okay, war glaube ich scheiße, ne? So. Wir machen das nochmal. Jo, 100 Rubine kostet das. I guess. So, wir haben gestartet. Ich muss, glaube ich, über einen bestimmten Wert kommen, oder? Aber hier kriegt man halt... Oh. Echt nicht so krasse Sachen. Actually, ich glaube, dieser Brunnen hier, der ist da schon echt mit am besten, oder? So, das war, glaube ich, gut. Ich glaube, das war ziemlich gut. Jo. Wo war ich drüber? Ich war drüber. Scheiße. Ah, Mist. 17 Millisekunden, Leute. Okay, gleich nochmal. So. Ah. Mann, die sind ja alle fake heute. D-d-d-d-d-d-d-d. Da ist ein Zwacken. D-d-d-d-d. Da. Guck mal. Der bringt die fette Kohle mit hier. B-b-b-b-b. Okay, ich glaube, es reicht. Ja, das war schon wieder zu spät. Das war zu spät. Das war zu spät. Das war auf jeden Fall zu spät. Kacke. Ja, egal. Es macht Spaß. Ich spiele jetzt gleich nochmal. Hä? Nochmal. Ich hoffe halt, dass man noch was Gutes gewinnen kann hier. Aktuell haben wir halt die Kohle, ne? Pssch. So. Ich habe Audi erstmal weg hier. Aber die bringen halt actually viel Geld. Guck mal, hier ist wieder ein Fuchli. Da hat man jetzt noch einen Zwacken. Hier ist noch einen Zwacken. Da, da. So. Und ich glaube dann. Jetzt müsste es passen. Jetzt müsste es eigentlich passen. Jo. Aber ist das gut? Ich glaube, ich hätte gerne unter einer Sekunde. Mal zwei. Aber wie gesagt, ich glaube. Okay, wir kriegen was. Jo, wir kriegen ein Herzteil. Okay. Gut, ich glaube mehr kann man hier nicht erwarten, ne? Wenn nicht, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare. Aber ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu holen. Und wir haben jetzt noch hier einen Mai Mai mitgenommen. Das war auch nicht schlecht. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal in der Stadt um. Also hier muss es. Es muss jetzt hier noch zwei Mai Mas geben in der Gegend, ne? Ja. Ich muss schon mal ein bisschen auf das Piepsen achten. Jo, erstmal in den Abgrund springen. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Also hier habe ich jetzt nichts gehört oder gesehen. Vielleicht bei der Schmiede. Könnte man sich doch... Ja, ich speichere mal. Ich speichere mal. Bam, 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 bam. Ja, beim Schmied waren wir ja komplett durch, ne? So, hier hinten. Ah, ich glaube hier hinten, genau. War unterm Stein noch was, ne? Konnte ich damals noch nicht holen, weil ich noch nicht die Krafthandschuhe hatte. Genau, perfekt. So. Mann, leider nur ein Monster-Teil. Jetzt hat er es nicht abgenommen. Okay. Ändert nicht automatisch. So, hier ist auch nichts weiter. Dann, hätte ich gesagt, vielleicht auch hier drüben irgendwie. Vielleicht auch noch unter einem großen Stein. Oh, guck mal, den haben wir noch gar nicht aktiviert hier. Das mache ich mal eben. Zack. Ah doch, der war schon aktiviert. Bam. Bam, bam, bam. Okay, ich habe gerade nichts gehört oder gesehen. Hä? Wo soll denn das letzte Mai-Mai sein? Oh. Hier. Hier ist es. Yes, man. Und? Es ist wirklich ein Mai-Mai. Alles klar. So, dann haben wir die Area auch gecleared. Dann würde ich glaube ich mal sagen, gehen wir mal da in die Wüste. Beziehungsweise hier ist ja Sumpfgebiet. So. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch das letzte Mai-Mai finden. Das kann ja auch nicht so weit sein. Muss ja theoretisch auch irgendwas sein, was ich bisher nicht machen konnte. So viel ist da nicht mehr Platz drinne. Ich denke eigentlich, hier muss es irgendwo sein. Aber bö. Hä? Das muss ja hier irgendwo sein. Da oben vielleicht? Habe ich hier noch einen Teleporter zufällig? Einen zweiten? Nee, hier habe ich nur den einen. Ja, aber da oben ist ja Boss-Time. Da kann es ja theoretisch nicht sein. Aber ich habe jetzt auch nichts gehört. Aber hier war jetzt auch keine Riste oder sowas, ne? Achso, hier. Klar, klar, klar. Hier. Lol. Ja stimmt, hier habe ich die Steine ja auch nicht aufgehoben. Da ist es doch schon. Nice. Und nochmal 100 Rubine. Leider auch nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber hey. Was soll der Geiz? Okay. Dann haben wir hier die Ecke auch abgeschlossen. Das hat man sowieso schon abgeschlossen. Alles klar. Was hast du noch zu sagen? Gar nichts, ne? Okay. Gut, Leute. Dann sind wir hier auch fertig. Wir klieren gerade wunderschön die Schattenwelt. Ich würde sagen, dann... Stimmt. Wir haben ja auch hier oben noch die Eisruinen. Aber da brauche ich den Feuerstab, ne? Da kann ich, glaube ich, eher nicht weitermachen, ehe ich nicht den Feuerstab habe. Und, ach, genau. Und ich brauche auch das Amulett. Feuerstab und Amulett brauche ich hier. Gut, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen erst mal Stopp für heute. Und wir enden die Folge. Wir haben wieder gut was geschafft. Haben noch ein paar Mai-Mais gefarmt. Und ich würde sagen, im nächsten Part sammeln wir in der Schattenwelt den Rest. Und dann gucken wir mal noch in die Lichtwelt. Was wir da noch so abholen müssen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erst mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Zell der Junge. Tschüssi.